Einen schönen guten Tag liebe Elektroniker, Elektrotechniker und Elektrotechnik-Geisterten. Mein Name ist Nils Elstner und wir von Dr. Volt möchten euch heute ein Produkt aus unserer TD-Serie mit der Nummer 0588 vorstellen. Ein Standard-Verteiler, passt super in die Garage, passt super in den Keller, wo man 230 Volt Schuko braucht. Wie ihr seht, wir haben vorne sechs Schuko-Steckdosen. Innen werden wir aufmachen. Das Zertifikat, übrigens jeder Stromverteiler wird von uns einzeln auf Funktionalität geprüft, sodass ihr später keine Probleme habt. Drinnen haben wir drei einphasige C16A-Automaten, jeweils immer einer für zwei Steckdosen. So viel gibt es dazu zu sagen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder zu unseren anderen Produkten, schreibt uns gerne an. Das ganze Team hilft euch gerne weiter.